Heute geht es um Algolia Places und Autocomplete. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um Algolia, beziehungsweise dort um Algolia Places. Das Ganze ist ein Community-Projekt, das heißt, das ist einfach free. Algolia ist eigentlich relativ teuer, also es ist eine Software, die man kaufen muss, eine Dienstleistung, die man kaufen muss. Und wir werden heute damit Adressen, Straßen, Städte und so was ein Inputfeld mit Autocomplete bauen. Das Ganze ist ziemlich cool, sehr praktisch und bietet eine ganze Reihe von ziemlich coolen Features, die einfach die User Experience bei Formulareingaben deutlich besser machen. Allerdings wollen wir jetzt nicht mehr Zeit verlieren. Falls ihr allerdings Fragen zu diesem Video habt oder selbst neue Videos vorschlagen wollt oder sowas in der Richtung, unten in der Videobeschreibung ganz oben findet ihr einen Link zu Discord. Dort könnt ihr einfach dem Community selber joinen. Ansonsten, ja, legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit dem heutigen Video. Heute geht es, wie gesagt, um Algolia Places und ihr seht hier schon ein richtig cooles Inputfeld. Das sieht nicht nach viel aus. Wir werden heute auch nichts anderes machen, außer dieses Inputfeld zu benutzen. Allerdings geht es darum, es ziemlich einfach für euch zu machen, komplette Adressen, also Places sozusagen, zu bekommen, ohne dass ihr mehrere Input- oder Formularfelder braucht. Wenn ich jetzt hier beispielsweise eingebe, einfach mal Hauptstraße, dann seht ihr schon, mir wird jede Menge Zeug vorgeschlagen. Einmal Städte, zum Beispiel hier Prag. Ich weiß nicht, warum, aber wird mir vorgeschlagen. Dann hier eine Position, nämlich die Hauptstraße oder andere Städte in Nordrhein-Westfalen oder in Bayern. Ich finde jetzt die Hauptstraße ganz gut. Ich klicke jetzt einfach mal drauf und ich bekomme jetzt hier, wie ihr schon gesehen habt, ein komplettes Datenobjekt zurück. Was heißt, ich kriege hier direkt Länge und Breitengrad. Ich kriege den Postcode. Ich kriege hier alle möglichen Informationen, wo genau das liegt. Und ich kann hier im Prinzip alles abgreifen und verwenden. Ich kriege sogar hier ein Highlight-Objekt. Das finde ich persönlich sehr praktisch, wo dann direkt gehighlightet wird, was ich gesucht habe. Was heißt, ich kann das abspeichern, wenn ich jetzt hier nur eine Stadt eingegeben habe, wird mir das gehighlightet und ich kann das in meiner Suche beispielsweise darstellen, wenn ich das als Vorschlag irgendwo zeigen möchte. Das Ganze ist sehr, sehr cool, sehr, sehr einfach und bietet einige Vorteile. Allerdings müssen ein paar Sachen vorher klar sein. Einmal, dass hier ist kein Open-Source-Projekt. Das heißt, sie benutzen hierfür zwar Teile der Open-Street-Community beziehungsweise der Open-Street-Maps. Allerdings ist das hier ein kommerzielles Produkt. Mehr nicht. Also Algolia ist ein kommerzielles Unternehmen, was Geld verdienen möchte. Deswegen steht hier oben auf Pricing. Allerdings ist das schöne, 1000 Requests pro Tag sind free und auch nicht kommerzielle Projekte sind relativ free. Da müsst ihr euch genau einlesen, allerdings zum Ausprobieren und für eure persönliche Homepage wird das kein Problem sein. Und ihr müsst hier unten euch einen Account erstellen und diesen Account mit einer E-Mail verifizieren. Was heißt, ihr müsst euch anmelden und das Ganze dann nutzen zu können. Prinzipiell habe ich das Ganze schon gemacht. Ihr kommt dann auf diese Seite hier, wo im Prinzip eure App verlinkt ist. Was heißt, ich habe heute schon ein bisschen damit rumgespielt. Was heißt, ich habe insgesamt schon 70 Searches gemacht. Wie gesagt, 1000 am Tag sind free mehr oder weniger. Beziehungsweise, wenn ihr halt nicht kommerziell arbeitet, ist das halt auch free. Zum Beispiel, wenn ich hier auf Billing klicke, sieht man das auch. Ich habe jetzt hier Places. Current Plan ist einfach free, weil ich das nicht kommerziell nutze und ich einfach nur ein bisschen rumprobieren möchte. Deswegen kann man das wunderbar machen. Wichtig ist eigentlich für euch nur, ihr seht einmal hier bei Searches, könnt ihr selbst die ganzen Geschichten ausprobieren. Das heißt, ob es so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Ihr könnt es hier analysieren. Das ist allerdings nicht in jedem Plan verfügbar. Und das Wichtige ist eigentlich hier API-Keys. Wenn ich jetzt hier draufklicke, seht ihr schon, hier ist ein bisschen was ausgeblurrt. Das hat damit zu tun, dass man halt API-Keys nicht einfach raus in die Öffentlichkeit geben sollte. Vor allem hier sowas wie diesen Admin-Key sollte man halt möglichst für sich behalten und nichts frei verfügbar machen. Das heißt, wir brauchen diesen Search-Key und wir brauchen die Application-ID. Diese beiden Keys, die hier stehen, müsst ihr im Prinzip euch später rauscopy-pasten und in Code verwenden. Aber dazu kommen wir jetzt. So, los geht's mit dem eigentlichen Video. Das Erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen uns Places beziehungsweise Algolia Places erstmal installieren. Das machen wir über npm. Das heißt, wir geben in unsere Konsole npm-install-places.js ein und haben das Ganze installiert. Das Nächste, was wir machen müssen, wir brauchen natürlich ein Input-Feld. Dieses Input-Feld kopiere ich mir jetzt mal dreisterweise einfach von deren Webseite runter, aus deren Documentary sozusagen. Und zwar sage ich hier Input, Type Search. ID ist Address, Input, Placeholder ist dabei. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, haben wir hier oben unser Input-Feld. Das Ganze hier schließe ich mal, weil wir brauchen hier nur diese drei Dateien und die habe ich schon offen. So, wir haben das jetzt ein Input-Feld hinzugefügt. Allerdings passiert noch nicht sonderlich viel. Wenn ich hier jetzt irgendwas eintippe, passiert schlichtweg noch gar nichts. Das ist ein ganz normales 0815 Search Input-Feld. Wir müssen das Ganze nämlich jetzt noch in Function.js hinzufügen. Das Ganze können wir ganz normal einfach über eine Variable, nämlich Places und wir sagen Require und sagen hier Places.js. Wollen wir hinzufügen. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Und es wird hier aber immer noch nichts passieren, weil wir müssen uns ein neues Objekt erschaffen. Das nenne ich ebenfalls Places Auto Complete gleich und das handelt sich um ein Places-Objekt. Dieses Places-Objekt hat einige Variablen beziehungsweise einige Attribute, die wir jetzt benutzen wollen, nämlich einmal eine App-ID und diese App-ID habe ich auch schon hinzugefügt. Was heißt, hier oben, wo diese Kommentare sind, ganz oben in Zeile 1 stehen zwei Variablen. Das ist nämlich einmal meine App-ID und dann hier unten haben wir unseren API-Key und den habe ich ebenfalls schon hinzugefügt als Variable, sodass man ihn in dem Video nicht sieht. Das heißt, diese beiden Werte müsst ihr aus der Übersicht nehmen, die ich vorhin gezeigt habe und hier einfach rein copy-pasten und das Nächste, was wir machen, wir müssen sagen, was eigentlich unser Container ist und dafür sagen wir Container document.querySelector und hier haben wir in unserer Index-Rate gerade ein Input-Feld hinzugefügt mit der ID AdressInput. Das kopieren wir uns jetzt einfach raus, erstellen hier ein neues Objekt, greifen damit drauf zu und speichern das Ganze so ab. Jetzt habt ihr gesehen, es hat sich hier schon verändert. Wir können jetzt hier beispielsweise Köln eingeben und ich habe hier Regierungsbezirk Köln. Das heißt, das funktioniert schon wunderbar. Das Nächste, was wir allerdings machen können, das habe ich jetzt im Vorfeld schon mal gemacht, ist hier in unserer Main-Sass einfach ein paar Klassen zu stylen. Das heißt, Places gibt uns einfach einige Definitionen mit, die können wir nutzen. Zum Beispiel habe ich im Vorfeld schon mal das Styling ausprobiert und das habt ihr hier in der Documentary unter Styling und hier sieht man die CSS-Klasse. Das heißt, AP Input ist einfach unser Input-Feld. Wir können hier das Icon austauschen, beispielsweise man hat hier die einzelnen Elemente on hover, man hat die einzelnen Geschichten, wenn es eine Stadt ist, wenn es ein Land ist, was das Dropdown-Menü allgemein alles kann. Das heißt, wir können hier auf alles zugreifen und komplett customisen. Ich habe jetzt das Ganze einfach nur ein bisschen größer gemacht, dass man es besser sieht. Grundsätzlich, wie gesagt, könnt ihr hier mit CSS alles machen, was ihr wollt. Was ich viel interessanter finde, ist hier bei Usage haben wir nämlich noch einige Features. Und zwar können wir einmal sagen, wir haben hier Methoden. Was heißt, wir können, wenn wir das Ganze öffnen, was machen. Oder was ich halt sehr interessant finde, ist, wo ist es, bei Events, bei Change zum Beispiel. Hier können wir darauf zugreifen, wenn sich irgendetwas ändert. Dazu gehen wir wieder in unsere Function JS und sagen jetzt hier einfach unser Objekt, das wir erstellt haben, on und sagen hier jetzt Changes, ne, Change, so, Komma, E, erstellt uns eine neue Funktion, Console.log und gebe uns jetzt einfach das Ganze aus. Und zwar einfach die Vorschläge, die es uns gibt, sollen ausgegeben werden. Wenn ich das Ganze jetzt abspeiche und ich hier nochmal beispielsweise Köln eingebe und hier auf OK drücke, seht ihr, wir kriegen hier unten ein JSON-Objekt, das mache ich mal ein bisschen größer, wo wir ganz genau sehen, was vorhin auch schon dabei rauskam, was heißt, wo ist es, nach was haben wir eigentlich gesucht, was haben wir eingegeben, was sind die Postcodes, zum Beispiel hat Köln jetzt insgesamt 40 Postcodes, finde ich ganz schön krass irgendwie. Auf jeden Fall haben wir hier die Möglichkeit, das alles frei zu wählen, frei zu verteilen und damit zu interagieren. Allerdings, wenn wir jetzt hier so etwas haben, so eine Suche und wir geben hier K ein, dann seht ihr schon, es sucht jetzt automatisch nach Köln, weil ich gerade schon nach Köln gesucht habe. Allerdings auch hier irgendwas in Indien, noch irgendwas in Indien und auch in Restdeutschland und das will man ja vielleicht gar nicht. Wenn ihr zum Beispiel wisst, ich möchte eigentlich gar nicht so viel suchen, sondern ich möchte eigentlich nur nach einer Stadt suchen, ich möchte da nur eine Stadt eingeben, dann haben wir die Möglichkeit, hier hinter einfach zu sagen, configure, zack und sagen hier reconfigurable options. Das Ganze haben wir jetzt hier mal definiert und hier drüber erstellen wir uns eine neue Variable und sagen, okay, wir wollen jetzt hier noch ein paar Funktionen, also ein paar Optionen hinzufügen und als erstes sagen wir type und hier sagen wir city. Das Ganze speichern wir jetzt ab und wenn ich jetzt hier nach K suche, sehen wir, wir sehen nur noch Städte. Wir sehen keine Straßen mehr, wir sehen keine Länder mehr, sondern nur noch Städte und wir können jetzt hier auch noch weitergehen und zum Beispiel sagen, wir möchten jetzt gleichzeitig einfach auch noch Countries filtern und sagen jetzt hier D und das Ganze speichere ich jetzt ab und wenn wir jetzt hier irgendwo nach suchen, sehen wir, wir sehen auch nur noch deutsche Städte, wir sehen sonst nichts mehr und das alles steht halt in der Documentary, was heißt, wir öffnen das nochmal kurz. Ihr seht hier im Prinzip bei Vorschläge sehen wir type, können wir, nach was wollen wir eigentlich suchen. Wir können auch bestimmte Sachen, also zum Beispiel sagen, wir wollen eigentlich nur in Paris suchen oder so etwas. Was heißt, das können wir alles einstellen, begrenzen und uns so zurechtschustern, dass es funktioniert und auch bei Events haben wir ja neben Change auch noch so etwas, wie wenn Vorschläge angezeigt werden, wenn der Cursor changed, wenn das Ganze fertig ist, wir können Limit eingeben, was heißt sagen, wir wollen nur drei Vorschläge anzeigen oder so etwas und das alles funktioniert wunderbar. Ihr könnt das also ziemlich einfach customizen, stylen und für euer Projekt anwenden und wenn jemand, also wenn ihr von einem User verlangt, er soll jetzt eine Adresse angeben mit zum Beispiel komplexen Informationen, also Straße, Hausnummer, Wohnort und so weiter, dann ist es einfach praktisch, das alles in einem Suchfeld zu machen und dem User nicht irgendwie fünf, sechs Felder an die Hand zu geben. Das ist einfach damit viel leichter umzusetzen und viel userfreundlicher. Deswegen kann ich es nur empfehlen und vor allem für private Projekte, wenn das Ganze nicht kommerziell genutzt wird, ist es halt auch kein wirkliches Problem, auf so einen Dienst zurückzugreifen. So, das war es später für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video und sonst, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, wie ihr mal unten in der Videobeschreibung, Discord, Facebook, Instagram und so weiter, sagt einfach mal hallo. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, findet ihr dort auch einen Patreon beziehungsweise einen Amazon Affiliate Link, wo ihr diesen Channel etwas supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020